Der FIFA-Präsident. Infadino. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich wie eine Kurde. Wie eine Kurde? Bist du ein Terrorist? Aber nein, ich fühle mich heute auch wie eine Türke. Wie eine Türke? Ja, ich fühle mich wie alle. Ich bin ein Türke. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich wie eine Schwule. Ja, alles fühle ich mich. Behinderte, Schwule, alle. Pass auf, pass auf, pass auf. Bist du verrückt? Willst du diese Fußball-WM in deinem Land haben? Ich glaube, die Türkei braucht die Fußball-WM. Diese? Ja, und diese Fußball? Gibst du kleine Geschenke hinein. Ich soll deine Geldgeber. Bisschen kleine Zuwendung für FIFA. Hier, Kleinigkeit hineingeben und dann schickst du mir zurück. Ich schaue weg. Ich schicke zurück. Ah, danke FIFA, kann man da nur sagen. Jetzt haben wir eine WM mitten im Winter. Das Fernsehprogramm ist komplett auf den Kopf gestellt. Aber zum Glück gibt es auch noch andere Möglichkeiten, am Abend etwas zu unternehmen. Und nicht nur den Fußball zu schauen, sondern auch zum Beispiel den Masche-Gerris-Rückblick, der heuer wieder stattfindet in gewohnter Form vor vollen Häusern hoffentlich. Da können wir jetzt noch Karten kaufen für das Weihnachtsgeschäft als Geschenk für alle Verwandten. Ich sage einmal so, eine Karte mal für mich und eine für die Mama, für den Papa, für die Schwester, für den Bruder, für den Schwager, für den Opa, für den besten Freund, für den zweitbesten Freund.